Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Montag, den 8. Juli. Mein Name ist Julia Grewe. In der zweiten Wahlrunde der vorgezogenen französischen Parlamentswahlen hat überraschend das Linksbündnis gewonnen. Den rechtsnationalen Rassemblement National von Marine Le Pen verwiesen die Wähler auf Platz 3, hinter das Mittellager von Staatspräsident Emmanuel Macron. Den Hochrechnungen zufolge erreichte keines der politischen Lager die absolute Mehrheit. Ungarns Regierungschef Orbán ist auf seiner selbsternannten Friedensmission in China angekommen. Dort wird er zu Gesprächen mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen. Zuvor war Orbán in der Ukraine und in Russland, was von vielen Seiten kritisiert worden war. Ungarn hat derzeit die EU-Ratsherrschaft inne, Orbán hatte aber für seine Reisen kein Mandat. Israel hat in Gaza zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen eine Schule bombardiert. Dabei sollen nach Angaben der Hamas 16 Menschen getötet worden sein, darunter der stellvertretende Arbeitsminister des Gaza-Streifens, Erhab al-Ghuseyn. Die von einer Kirche betriebene Schule im Westen von Gaza-Stadt ist Zufluchtsort für hunderte von Christen und Muslimen. Augenzeugen zufolge sollen viele Opfer des Luftangriffs Kinder sein. Die israelische Armee hatte erklärt, dass sich in der Kirche Terroristen versteckt hätten. Währenddessen gab es in Israel zum zweiten Tag in Folge Proteste für ein Geiselabkommen und für Neuwahlen. Der Minister für das National Disability Insurance Scheme, NDIS, Bill Shorten, hat die Koalition und die Grünen beschuldigt, die Steuerzahler eine Milliarde Dollar zu kosten, da sie die NDIS-Reformen verzögern. Mit den Reformen sollen nicht lebensnotwendige Leistungen wie sexuelle Dienstleistungen gekürzt werden. Minister Shorten zufolge sind diese nicht tragbar und sollten so schnell wie möglich verboten werden. Im Streit um den Standort eines Bahnhofs am Flughafen in Melbourne ist eine Einigung erzielt worden. Der Flughafen Melbourne unterstützt den Plan der Landesregierung für einen oberirdischen Bahnhof. Er hatte jahrelang auf einer unterirdischen Variante bestanden. Der Bahnhof soll zusammen mit der Zuglinie bis Ende des Jahrzehnts fertiggestellt sein. Auf dem diesjährigen NATO-Gipfel in den Vereinigten Staaten wird der stellvertretende Premierminister Richard Miles Australien vertreten. Die 32 NATO-Mitglieder treffen sich diese Woche in Washington. Australien nimmt als Nicht-NATO-Mitglied daran teil. Oppositionsführer Peter Dutton ist ebenfalls in die USA gereist. Er nimmt am jährlichen Australia-America-Leadership-Dialogue teil. Auch Richard Miles wird dort sein, allerdings in seiner Funktion als Verteidigungsminister. Redaktionsschluss für diese Meldungen war 14 Uhr Australian Eastern Standard Time. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify. Copyright Untertitel eintrador NDR 2021 Also, hier und ja, du kannst nicht mehr machen.